Einen wunderschönen guten Abend beim Wetter. Unsere Landeshauptstädte haben allesamt etwas gemeinsam gehabt heute. Alle haben sie die 10-Grad-Marke knapp überschritten, also der Frühling ist in ganz Österreich angekommen. Von der Großwetterlage haben wir es mit drei Komponenten zu tun. Auf der einen Seite beginnt der Luftdruck zu steigen, auf der anderen Seite dreht die Westströmung immer mehr auf Südwest. Leicht föhnige Tendenzen kommen auf uns zu und dieses Tief bringt uns heute in der Nacht und morgen am Vormittag im Norden ein paar Wolken- und Regenschauer. So schauen dann die Details auf der Karte aus. Wir starten mit ein paar Frühnebelfeldern, die sich sehr rasch auflösen. Wie gesagt, ganz im Norden können noch ein paar dickere Wolkenpakete durchziehen. Sonst schon ein Wechselspiel von Sonne und Wolken und am Nachmittag dann in ganz Österreich. Der Wind treibt dann die Temperaturen tagsüber in die Höhlen der Früh. Nur noch leichter Frost, minus vier Grad in einigen Alpentälern bis zu plus vier Grad beispielsweise im Rheintal. Und mit der Sonne morgen bis zu 15 Grad beispielsweise im Grazerbecken oder auch im Rheintal. Nur ganz im Norden oben werden die Temperaturen die 10-Grad-Marke noch nicht so ganz erreichen. Das wären die Temperaturen unten. Jetzt schauen wir mal, wie es oben weitergeht. In 2000 Meter Höhe steigen die Temperaturen langsam über den Gefrierpunkt bis zum Sonntag, dann plus vier Grad in 2000 Meter Höhe. Da sollte man dann natürlich auch die Lawinengefahr ein bisschen im Auge behalten, denn die obersten Schichten werden doch ordentlich angetaut werden. So viel zum Bergwetter. Wie geht es dann weiter am Samstag und am Sonntag? Da regiert der Föhn und treibt die Temperaturen stellenweise sogar bis auf 20 Grad hinauf. Es gibt viel Sonnenschein. Nur im Süden werden am Sonntag die Wolken rasch dichter. Und von Osttirol bis nach Unterkärnten kann es dann auch schon zu regnen beginnen. Ja, und abschließend noch der Blick auf den 15-Tage-Trend. Da sieht man das föhnig-warme Wochenende. Zu Wochenbeginn gehen die Temperaturen leicht zurück. Wir bleiben trotzdem im sehr milden Sektor angesiedelt. Und bis zum Frühlingsbeginn am 20. werden sich die Temperaturen an die Jahreszeit anpassen. Schönen Abend.